Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Multimedia-Leserbriefe. Wie Sie sehen, sind wir wieder zu unseren Wurzeln zurückgekehrt. Multimediale Antworten auf drängende Leserfragen. Da hat sich wirklich einiges angesammelt in letzter Zeit. Das kann man wohl sagen. Der erste Brief kommt von Anatol L. aus München. Anatol schreibt uns, ich freue mich so auf den Auftritt von Minze Martin und würde gerne seine Sangskünste bewundern. Ja, Anatol, leider ist Minze Martin wieder raus aus dem Chart, denn in vier Wochen tut sich halt einiges. Dafür haben wir nun den weltexklusiven ersten Videoclip der neuen Boy-Group The Paint Shop Boys. Der Prozessor war mein Bruder, doch jetzt ist er durchgebrannt. Ohne Strom in seinen Nadern liegt er hier in meinen Hand. Ja, das Groove, nicht wahr? Doch aus dieser schaurigen Stimmung reißt uns jäh die nächste Einsendung von Birgit S. aus Giesing. Birgit möchte wissen, blablabla, PC-Player-Redakteure scheinen jeden auch noch so versteckten Bug in den Spielen zu finden. Wie ist das möglich? Da muss man doch wirklich tief drinstecken, oder? Da hast du völlig recht, Birgit. Und deswegen schauen wir jetzt einen Blick schnell über die Schulter, wie er Banzai-Bug testet. Ja, weiter so, Banzai-Mick. Oh, hallo. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Minze Martin, Sie wissen schon, der mit dem Karriereknick, hat umgesattelt und wird unter dem Künstlernamen Martin Deppe zukünftig als Redakteur bei uns hier in Feldkirchen bei München arbeiten. Leider hat er noch einige Probleme mit den hiesigen Gegebenheiten der Sprache. Okay. Ja, aber da helfen wir ihm natürlich und haben ihm an seinem ersten Arbeitstag den Translator Bavarie überreicht. Guten Tag, ich hätte gerne ein Brötchen mit Fleischgeben. Großbrit. Ich krieg bitte ein lieber Kassimmi. Ah, jetzt. Mahlzeit. Martin. Kommen wir nun zu einem sehr ernsten Thema. In zahlreichen Drohbriefen haben militante Verfechter der Prozentwertung unserem Sternchensystem den Kampf angesagt. Die übelsten Attacken dieser unzurechnungsfähigen Sternchengegner haben wir für Sie im Beitrag gesammelt. Die übelsten Attacken dieser unzurechnischen Sternchensysteme Entfliehen wir nun dem irdischen Krieg der Sterne in die Weiten des Weltalls. Resi K. aus Bad Aibling will wissen, was will sie denn eigentlich wissen, warum sich die Fertigstellung von Jedi Knight so verzögert. Ja, Resi, die Programmierer haben beim Beta-Test von Jedi Knight noch ein schwieriges Problem mit dem Multiplayer-Modus. Ja, sag mal, und was gibt es jetzt für Probleme? Ja, ich weiß auch nicht so recht. Irgendwas soll mit diesen Lichtschertern los sein. Ja, was soll es denn da für Schwierigkeiten geben? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die haben uns ja so ein Vorabmuster geschickt. Und irgendwie ist das kein Problem. Funktioniert alles wunderbar. Bumm! Henrik! Henrik! Na, geht's wieder. Zum nächsten Brief. Auch Boris J. aus Noch-Wald-Trudering wartet sehnsüchtig auf ein längst angekündigtes Spiel. Und zwar geht es um Dungeon Keeper. Wir haben dem Chefprogrammierer höchstpersönlich über die Schulter geschaut. Alle Welt wartet auf Dungeon Keeper. Warum hat sich der Auslieferungstermin verzögert? Nun, unser produzentlich großen Wert auf eine möglichst authentische, spiele Atmosphäre. Und deswegen müssen wir ja auch an Originalschauplätzen programmieren. Und die Winter in Transylvanien können verdammt streng sein. Geschafft. Wir haben den Leserbriefstapel mal wieder abgearbeitet. Bis auf diesen einen letzten Brief. Und der kommt von Petra S. aus Nürnberg Central. Petra fragt uns, ob wir Comanche 10 denn schon getestet hätten. Noch nicht, liebe Petra, aber die Testmuster müssten jede Sekunde eintreffen. Ja, herein? Hi. Hier sind gerade jede Menge Comanches gekommen. Wartet ihr da drauf? Ja, klar. Immer rein damit. Ah! Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe der Multimedia-Leserbriefe. Wie Sie sehen, sind wir wieder zu den Anfängen der Leserbriefe zurückgekehrt. Und das auch nur, weil ich jetzt nicht weiß, wie es nochmal weitergeht. Pen Shop Boys. Die Pen Shop Boys. Herr O. Anatole L. aus München will wissen, wann denn endlich, ich zitiere, Martin Minze... Es steckt immer noch in ihm. Minze Martin, Minze Martin, Minze Martin, Minze Martin, Minze Martin, Minze Martin, Minze Martin. Oh, ich kann auch nichts dafür... Das ist so, die Schwaben wachsen auf in Stuttgart und dann gehen sie so in die Welt hinaus und irgendwie soll das an diesen Lichtschwertern liegen. Was soll es damit für ein Nichtschwer... Du verstehst? Fischbrötchen gegessen? Ja. Gut. Der Multiplayer-Modus funktioniert noch längst nicht ganz so... Wie soll ich den Anfängen der Ben Hatten?